Wir spielen jetzt seit knapp viereinhalb Jahren zusammen als Ensemble und Milo Cotango brauchte einfach nach zwei Jahren eine Veränderung oder einfach mal was anderes. Und da bin ich irgendwie in die Presche gesprungen und habe eine Idee verfolgt, die ich eigentlich schon länger hatte, nämlich ein Filmmusikprogramm zu machen. Und auf dem Wege musste ich mich erstmal mit meinen Kollegen auseinandersetzen und die davon überzeugen, dass das überhaupt das Richtige ist, nachdem wir uns als Tango Ensemble auch den Namen Milo Cotango gegeben haben. Aber das Endergebnis, was heute da ist, zeigt mir, dass wir absolut richtig lagen, ein Filmmusikprogramm zu machen, das heute als rein italienisches Filmmusikprogramm entstanden ist. Der italienische Arrangeur Alberto Montpelio, der glücklicherweise in Frankfurt lebt, mit dem ich an anderer Stelle schon zusammengearbeitet habe, war relativ zu Beginn, als ich die Idee hatte, dieses Programm zu machen, derjenige, zu dem ich gehen konnte und zu dem ich gegangen bin, um ihn zu fragen, ob er Interesse hätte, mir zu helfen und uns zu helfen, Arrangements zu machen von italienischen Filmmusiken. Und er hat es irgendwie, und das weiß ich von ihm heute, fast als Herzensprojekt empfunden, endlich mal die Chance zu haben, um sich mit seinen großen Vorbildern, diesen großen italienischen Meistern, auseinanderzusetzen und vor allen Dingen einmal den umgekehrten Weg zu gehen. Alberto Montpelio ist normalerweise Orchesterarrangeur, der für Hollywoodfilme beispielsweise große Orchester arrangiert. Und in dem Fall musste er genau den umgekehrten Weg gehen, nämlich alles von großer Partitur für großes Sinfonieorchester auf vier Instrumente zusammenschreiben. Und das Besondere daran ist, dass es diese Filmmusiken in dieser Art und vor allen Dingen mit der Werktreue, der er sich die ganze Zeit ergeben hat, so bisher noch nicht gegeben hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Punkt ist, zu versuchen, den flavorur der Originalmusik auszudrücken. Ich versuche, so viel wie möglich, nicht zu verändern, von der Originalmusik auszudrücken, weil ich denke, dass der Job der Composer hat, muss man respektiert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Faszination an diesen Filmmusiken ist, dass die Komponisten einfach so gut sind, dass diese Musiken ganz ohne Bilder auskommen. Einige der Filme entstehen wahrscheinlich sowieso beim Hören schon im Kopf. Und das Besondere ist, dass diese Musiken alleine es schaffen, dass diese Bilder entstehen und für den Zuschauer beim Hören evociert werden. Musik 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 eine riesen Situation für uns war, ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und ich werde nicht vergessen, als er irgendwie durch den Fahrstuhl irgendwie den Weg, den Gang hier runterkam, um ins Studio zu kommen, dass diese sonore, tiefe Stimme, die sie am Mann irgendwie brachte, schon irgendwie das erste Erlebnis war. Ganz zu schweigen von dem Moment, wo dann im Aufnahmeraum die Mikrofone angeschaltet wurden und Erde irgendwie das Stück angespielt hat. Da geht die Gänsehaut. Die Gänsehaut Die Gänsehaut Die Gänsehaut